Ich weiß, ich sag die ganze Zeit immer Ach Mensch, ich will nicht mit dir reden Nein, ich will nicht mit dir reden Ich will nicht mit dir reden Also, was du jetzt machen? Ich will wissen, was ich werde machen. Ich und Daniel sind wieder mit dir geblieben Ja, als ich aus der Stimme habe, ich hatte niemanden, aber ich Meine Brüder sind noch in der Brüder Ich bin noch mit einem Freund nobody could find me yeah then I just said fuck it took off that was it man no more family just me always trying to find a new daddy stupid I knew everything off start over all for myself that's what you're doing you're starting all over and now you just gotta take the next step to build a something for you and Daniel right it's just a fucking lot to think through no it's not you just gotta trust your gut John life will follow yeah it's gonna be alright laddie you have enough cash for the trip I doubt it but how are you two gonna get to Mexico hitchhike walk my spiel zum Beispiel Zug I just hear me out man there's only one way out of this one way to hook yourself up listen we got this John Daniel can open that safe with his eyes come on but Meryl's probably waste it like every night Daniel is morgen früh back with Finn you guys can get to puerto lobos in style with a nest egg you don't want Daniel to be homeless anymore right huh I'm gonna do this I wouldn't let you in on this if I had any doubt Nein Ich kann's nicht In meinem zweiten Durchlauf werde ich's machen weil wie gesagt da tue ich eh so ein bisschen so relativ einfach nur um zu gucken was halt passiert Aber Ja ja in dem sind die auch nicht bezahlt worden ihn ist der noch härter Aber da würde ich irgendwas machen Es ist egal wir werden garantiert dann schlafen wenn wir wachsen ist Daniel weg Punkt Ich frage mich aber trotzdem ob Sean dennoch eine Kraft hat Ob es noch einen Schock gibt das bei ihm auslöst Ich bin jetzt etwas egoistisch weil normal würde ich jetzt zu Daniel gehen und bla 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 aber Ich gehe zum See Weil ich mich nicht wieder verlaufe Ähm Jetzt wollen wir doch mal gucken Aber ich frage mich Ich muss mal gerade gucken wir haben doch diese Karte Da Ja jetzt ist schon noch ein ganz schönes Stück Weg Es ist echt ein ganz schönes Stück weg obwohl wenn man es so sieht hier haben wir ein gutes Stück zurückgelegt hier ein gutes Stück Da ging es ein ganzes Stück weiter das ist dann die Zugstation wahrscheinlich Ein Homebolt Meet the pun Dinger Hippie Base Ja und jetzt sind wir hier unten Ne das 101 Ja dann geht es wahrscheinlich Kalifornien einfach weiter Hm He ist waiting für mich Hier langeでは Ja Side Schein Nö Schein 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 Scheine Schein 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 das frisch gestochener tattoo erst mal die trägt ja ich bin jetzt mal unvernünftig die spinzen das eine mal weil im zweiten run werde ich es nicht mehr machen und ob ich noch einen dritten run jetzt in der nächsten zeit mache weiß ich es noch nicht ok zack aus mit der hose ja ja komm wenn sie mit leines bisschen glücksehe jetzt auch haben was ha 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 so what are you gonna do about finn you know his plan it's a really stupid idea way too dangerous especially hmm i know finn acts like this is no big deal but this feels bad plus i don't want you guys to get in any more trouble hmm deswegen nee tell that to daniel he's gonna be pissed he's your brother he'll listen to you nah he'll take care of us but he doesn't always see other people it's all about him i know but i feel bad for ruin must dream he'll rage for a while for sure he'll rage for a while for sure then i'll be cool he likes you he likes you what do you mean come on heartbreaker you know everybody likes you i plead guilty i love you i love you i love you i love you yeah i love you too oh oh that's sweet i'm flattered or do you bust out this line whenever you go skinny dipping nein first time swear are you sure i'm not that much of a player as you can tell hmm i don't know i don't know we're both already naked hey that's your fault not that i mind so so do you wanna kiss me yeah yes i do if that's cool yeah it is a little a little a little but a few other let's face that i don't use it i always use it i'm always for more love in the world now let's get out of here damn sean you really are cold shut up stop looking what's what's daniel hold on a sec okay it's been wars okay hold on hello you want me to come inside if you want to if you want to yeah Ja. Ja, ich glaub das passt zwar nicht so dem ganzen Spielstil von mir, aber... Naja Finn und Daniel sind eh weg, also von daher... Sorry for the mess, Hoarders rejected my application. Again. Case of emergency. Ja. Da bin ich echt gespannt, wenn ich das dann trotzdem am See bin. Oh Gott, ich glaub ich werd's dann doch noch durchspielen, wenn ich das durch hab. Oder wenn ich's mal anfangen. Oh shit. You're kind of a slow player, dude. Wollte sagen, ich glaub sie muss den ersten Schritt bei ihm machen. Don't worry about it. Okay. Ja. Ach, sie ist so süß. Warum kommt sie nicht mit? Und ich hoffe, wir sehen sie in späteren Kapiteln wieder. I took a breath of fresh air. I took in the view at the top. I took a look of her golden hair. I took a look. It was gone. If living. If living. Is giving. I'm ready. I'm ready. I'm willing. I took her heart cause she let me I took a walk in the dark I took some time to decide if it was right I took a walk in the dark I took a walk in the dark Hey, what's up? Nothing, I just... Never mind Come on, talk to me Sorry I... Sorry it sucked Sean, this is your first time I won't give you a bad review online Promise That's sweet, but you don't have to be like that Aww Hey, I mean it, Sean Just take it easy and you'll have time to practice, okay? Okay, we need some fresh air Let's get dressed Until we fuck again Aww Hey What's happening? What's happening? Yeah Yeah Kinda Yep Yep Did you see Finn? He was with Daniel but now I can't find him We didn't see anybody out there But We better go now Figures Daniel is with him Just Tell Finn I want to talk Thanks much Later Schlafen die denn da an der Nähe? Truckline? This is so messed up I do Steht das jetzt drinnen? Den Parkplatz erreichen Äh, mit Finn etwas trinken Den Parkplatz erreichen Cassidy zum See folgen Ah, okay Ich mach's halt nur einer anderen Reihenfolge Hey Get mad later We got shit to do now If something happens Fuck me Fuck me It's okay We're gonna get them Bring them back Thanks for coming with me Cassidy Don't thank me I'm gonna kill Finn myself Can't believe it We were gone what? 10 minutes? 20? Shh Don't holler We don't want Big Joe to see us Okay? Oh Somebody build the lock Of course Of course We probably gotta check our car One truck is missing See? Those tracks are headed out Fuck At least they didn't wake Big Joe up But if we do He'll kill us, Sean So let's not advertise No lights No noise I'll check the car You do the truck Huh? Figures Check the other door now Hey, here should I not run here Huh? There should be a door Sure My dad Was a mechanic He once showed me how to hotwire his tow truck Just in case Sean Diaz You're full of surprises Plus we could Mess with all the other cars So Big Joe can't follow us Love the way you think We can find some things here to bust shit up But we can't make a sound Okay Sean Check the car All doors locked Of course Keep looking around We need to find a way to open that truck I can wreck that engine If I can open the hood Need to find something to slash these Hmm Wonder why he keeps that car here Probably to get down to Arcata and pick up some girls Okay Okay Aber ich brauche noch Das ist auch wieder das Aufschlösen Okay Something sharp should do the job So Wollen wir mal gucken Was haben wir denn hier? Rattengift Vanille We need to find a second What the hell Ah Oh, was haben wir denn hier? Durchsuchen Durchsuchen Ich muss aber erst mal das andere Auto lahmlegen Lagerbier Okay, da komme ich da rein Ich muss doch irgendwas geben, damit ich das andere Auto wenigstens aufhalten kann Schrott Durchsuchen Gibt's hier nix? Gibt's hier echt nix? Ja, zackfix Meine Güte Ja, 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 aber Ich bin zu doof Ah, Werkzeug Ah Das hab ich gar nicht gesehen Geht nicht auf, okay Oh, gern stelle Also brauche ich doch die Werkzeugkasten Warte, dann hab ich ja alles durchsucht Klebeband Schraubenzieher Amen Vergiss es Okay Mehr hab ich hier Warte mal Aufbrischen Ich glaube, das ist jetzt nicht so laut Ich will wissen, ob da noch irgendwas drinne ist Ah Was sagst du denn? Was haben wir jetzt? Sieht man das? Nee Äh Achso Äh, wie Achso, Schrufe Alp Erst mal probieren Okay Also komm, ihr geht rost, die Reifen zu stichen Los, komm Zack Kann ich das jetzt? Da machen wir das gerade mit dem auch noch Ja Hey Konnte ich jetzt hier nicht gerade noch was machen? Wenn, dann mache ich jetzt natürlich alle vier Reifen Und ich gucke nochmal, ob ich in die Motorhaube reinkomme Wenn, dann machen wir das Gescheit So Ist auch noch die Frage Entschuldigung, aber ich muss jetzt Schlüssel ausprobieren Ich muss aber wissen, wenn ich jetzt die Schlüssel habe Ich nehme den mal mit Vielleicht brauchen wir ihn noch Vielleicht brauchen wir ihn noch So Da haben wir das Ja Ich muss jetzt testen Ich probier mal gerade hier rein Ich bin ja, ich mach das ja auch nicht jeden Tag Also Also Ich muss den Auto knacken Okay Almost Bro Ja Ich muss das Ich muss das supposed